Moin Moin! Willkommen zurück beim Playstation Front Twitch Stream mit Bloodborne. Und genau das habe ich gerade ein wenig verschüttelt von mir. Ein bisschen Blut, ich bin gestorben. Bin wieder zurück hier am Anfang. Das ist aber nicht so wild, denn ich weiß ja was mich erwartet. Und wie das nun mal bei Dark Souls oder Dark Souls artigen Spielen ist, aus Toten lernt man. Und das ist alles nicht so tragisch, solange man besser wird. Und außerdem geben die mir ein bisschen Loot. Ach Mann! Das Problem hatte ich schon bei Dark Souls, dass das mit dem Sprungangriff... Ja, das ist natürlich schlecht, wenn ich den nicht anvisiere, dass das nicht so immer geklappt hat. Okay, aber das war doch okay. Einer noch da. Komm. Das ist viel. Gut, hier ist noch was. Hatten die noch was? Ne. Hatten sie nicht. Moin Schwitzi! Moin Grüße aus Deutschland! Moin Moin! So, hier oben. Der ist dann ja immer weg irgendwie. Na schön. Uh. Läuft. Hier ist einer. Warum konnte ich den jetzt nicht richtig anvisieren? Okay, er ist tot. Passt. Loot hat er auch keinen. Ach, verdammt! Den habe ich nicht gedacht. Naja gut, er hat nicht so viel abgezogen. Ich musste dann ja wieder leider runter zu den... zu den Ratten. Aber vielleicht ist es nicht so verkehrt, weil in der anderen Richtung waren die zwei Hunde. Und die erschienen mir jetzt nicht so viel einfacher. Oh! Uiuiui. Heilung. Arsch! Du Arsch! Okay. Ah, das war jetzt nicht so richtig überragend. Okay, jetzt machen wir wieder die Flitzer-Taktik mit ihm hier. Oh, Kacke. Das war... Na, das war gar nicht so richtig clever. Ah, naja. Wechselüberkugeln. Ist das ein Schütze da hinten? Ne. Kann man ja ruhig mal machen, war. Wozu habe ich denn die Schüsse? Okay. Der Hund ist gar nicht runtergekommen, oder? Okay. Dann locke ich die mal. Okay, das war nur einer. Ah, läuft doch. Läuft doch eigentlich ganz gut hier. Da liegt noch was. Oh shit, ja. Den habe ich vergessen. Shit, und jetzt sind die da oben. Das ist blöd. Ach, Mann, wieso weiche ich denn nicht aus? Ich bin auch bescheuert. Nein! Oh! Hilfe, oh Gott. Ja, das denke ich mir auch manchmal. Und hier ist der Hund. Oh, nee. Ach, mach doch keinen Quatsch, Junge. Ah! Ah! Wie ein Drecksteil. Nein, die Kamera des Todes hilft mir auch gerade nicht. Ach, Mann, ey. Blutfiole, her damit. Die sind zum Glück recht großzügig verteilt, muss man sagen. Ist jetzt nicht so knapp, das Zeug. Oh, ho, 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 ho. Das war gekonnt. Okay. So, hier ist doch noch einer, genau. So. Gut, sind wir noch einigermaßen heil hier durchgekommen. Dürfte auch nichts weiter gewesen sein. Hier war ich ja schon. Hm. Ja, ich weiß nicht, ob einfacher oder weil ich die Spiele halt schon so ein bisschen kenne. Vielleicht schon ein bisschen einfacher, ja. Ah. Das habe ich ja schon gesammelt. Mache ich den jetzt oder mache ich den später? Ich mache ihn, glaube ich, jetzt. Oh, komm, noch einen drauf und dann ist er weg. Dann spare ich mir den Ärger hier. Ja, komm. Jetzt brauche ich mir hier nochmal Stress mit dem antun. Und eine Blutviole. Oh, dicker. Wie schön man die immer mitnehmen kann. Oh, die wären ja doch richtig böse. Alles klar, die krabbeln nur so über den Boden, bis man zum Nahe kommt. Oh. Oh. Was seid ihr denn für Biester, ey? Das ist ja krass. Was für Raben sind das denn? Alter. Krass. Oh, shit. Zu dick zum Fliegen, die Viecher. Mann, oh Mann. Hinweis. Vorsicht vor Vogel. Habe ich mitgekriegt, danke. So, hier hatte ich auch was gesammelt vorhin. Oben müssten jetzt Hunde sein und auch so ein Schütze. Nee, der Schütze ist gar nicht da. Na? Doch, da hinten ist der Schütze. Komm runter, Hund. Möchte ich da durchschlagen? Okay. Ja. Klar. Du weißt schon, dass du mich da nicht treffen kannst, so wie du schießt, hä? Oh, scheiße. Nein! Ach, Kakerlaken. Drecksmistficken. Mann! Und alle meine Seelenblutdinger sind weg. Mann! Sinnlos! Das ist aber mein größter Fehler bei Dark Souls. Ich bin immer so ungeduldig. Und schalte, dass ich mal ein bisschen warte, bis die wieder weg gehen. Nö, rein da, alles weg, Metzl. Ist ja kein Problem. Dann klicke ich aufs Maul und habe Grund, mich aufzuregen. Nö, nö. Ist echt schlimm, aber naja, so ist das nun mal wahr. Na, schön. Nochmal das Ganze. Hinn. Kein Loot. Kein Loot. Kein Loot. Kein Loot. Find ich nicht gut. Find ich nicht gut. Ah, du Schweine. Ach. Manu! Nimm mal das unnötige Schaden nehmen hier. Wirklich komplett unnötig. Alter, halt die Klappe. Du bist hier die Oberbestie. Das weißt du aber, wa? So, hier ist nichts. Hier lebt aber. Beziehungsweise lebte. Lebt er auch. Was schaden? Ja. Ach, und schon wieder er, ne? Genau dasselbe wie vorhin. Scheiße, ey. Mann. Es sind immer wieder dieselben, die mich hier ärgern. Oder von denen ich mich ärgern lasse wohl eher. Kommt. Ach, Kacke, der lebt noch. Ich dachte, der wär tot. Blöd, dass es dann nicht automatisch umschaltet, der Autolog, das ist ein bisschen strange. So, geht doch. Es gibt ja immer wieder ganz gut Heilung. Von daher passt das schon. Is this game hard? It's easier than Dark Souls, as far as I can tell. Till now. Du bist am Ende. Was macht ihr hier oben? Okay. Okay. Scheiße. Oh, wisst ihr was? Und hier. Scheiße, das trifft natürlich nur ein. So. Geht doch, ihr Penner. Okay, da hinten ist Hundi. Komm. Komm. Ja, komm. Ach, shit. Blöde Schütze hier oben wieder. Kommt hier auch noch einer. Wow. Langsam, Freundchen. Ja. Wenn ich vielleicht die Shotgun mal am Anfang genommen hätte. Ob ich dann so weit schießen könnte? Ich weiß es leider überhaupt nicht. Wäre ja ganz interessant zu wissen, wa? Kommt die da hoch? Nee. Der Hund auch nicht. Ach, komm. Wie habt ihr mich denn jetzt hier durchgetroffen? Ach, ihr Bescheißer. Ihr Cheater. Ihr seid doch Cheater-Schweine. Ja, kannst du vergessen, dass du mich jetzt nochmal triffst hier. Oh, shit. Nein, da trifft er mich in den Arsch. Tu Spacken. Nein. Menor. Arsch. Komm her, Hund. Komm. Geht doch. Puh. Ich streame heute Abend. Ja, ich streame durch. Bis um 10 heute so ungefähr, schätze ich mal. Ich mach heute lange. Ich kann ja jetzt, ne? Ich muss ja jetzt keine Rücksicht mehr auf Traffic oder irgendeinen anderen Shit nehmen. Von daher können wir ja auch ein bisschen Gas geben heute. Ach, komm. Shit. Das war dumm wieder. Nein. Und das war noch blöder. Das sind die billigen, nichts, keiner Standardgegner. Und ich stelle mich hier an wie der erste Mensch. Und hab kaum noch Blutphiolen. Oh Mann, ey. Jetzt muss ich nochmal an die halbgare Anleitung gucken. Quicksilberkugeln auffüllen, nach oben, Gegenstand wechseln, nach unten. X interagieren, Dreieck wiederherstellen. Dann habt ihr ja, achso, du musst halt nur arbeiten. Okay, ja, klar. Warum nicht? Warum nicht? So, hier unten ist wieder der Dicke. Und jetzt stelle ich mich hoffentlich gegen die da oben dann noch nicht so blöd an. Okay, eins reicht. Okay. Okay. Eins reicht. Mist. Na, also, das war doch mal nice. So muss das gehen. Und zwei Blutphiolen. Die kann ich mehr als nur gut gebrauchen. Schüsse habe ich auch nicht mehr so viel, deshalb... Mache ich die vielleicht mal so. Kiesel, super. Das sind Vögel, ey. Krass. Mann, oh Mann. Was hat denn ran, ey? Sie müssen ja auch Verserge rumstehen, ne? Unten geht es ja auch noch hin und da ist auch eine Leiter. Hör mal. Drüben war nichts weiter. Hier oben sind jetzt die miesen Hunde. Locken, ja. Das ist ein äußerst hervorragender Plan. Komm. Blutechos erlangt. Ja, gut. Habe ich wenigstens hier meine Blutechos wieder zurück. Super. Moin Blitz. Moin Moin. Das sind aber... Oh, der hat mich gesehen. Und der Hund, ja. Na ja, gut. Trotzdem noch ganz okay. Ist da noch ein Hund? Ja, da hinten. Aber ich glaube, der gehört nicht zu der Gruppe hier. Okay, läuft. Komm. Ah, die vertragen ja auch gar nichts hier, ne? Der Spacken. So lange der Hund jetzt nicht kommt, ist alles gut. Er kommt nicht. Gut. Wie gesagt, alles gut. Quecksilberkugeln. Schön. Nein. Dumm. 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 Unnötig. Mano. Ha. Kinderwagen. Kann ich den nicht mal kaputt machen. So ist Bloodborne sehr gut bis jetzt. Bin hier aber echt noch nicht weit. Ich war noch nicht mal beim ersten Boss. Also... So viel kann ich deshalb noch nicht sagen. So, Hinweis. Vielleicht hilft mir das ja. Vorgegebner Fahrt ist effektiv. Ah, toll. Fokus auf Ausweichen. Tja. Soll ich jetzt hier hinten hin oder nicht? Ich weiß nicht. Die zwei Runde hier. Ich meine, am Anfang habe ich einen platt gemacht, aber der hatte auch nur halbe Gesundheit. Oder wenn ich hier drüben wieder lang gehe. Ich gehe erstmal hier drüben lang. Ich muss ja nicht wieder den Geheimpfad runterhüpfen. Was steht denn da? Gegenstand voraus. Gegenstand voraus. Hier unten. Hier unten. Hier war ich ja schon. Also hier hinten ging es zu den Ratten. Oh, hier ist was. Steinscherbe. Schön. Ja, und hier unten war ich ja vorhin. Ach man, ich habe eigentlich nur Angst davor zu sterben und das alles nochmal zu machen. Oh man, ey. Kacke. Und die Hunde kann ich nicht einschätzen hier. Die großen, die Wehrwölfe. Weil ich erst einmal dagegen gekämpft habe. Und es sind halt gleich zwei. Das ist die Scheiße. Die werde ich auch nicht einzeln locken können. Oh, da sind die Details mal gerade reingeploppt. Ich probiere es mal mit einem Molotow-Cocktail. Das zieht doch mal ganz gut ab. Also das könnte eigentlich... Oh, scheiße. Die halten echt viel aus, wahr? Sind aber ganz schön langsam. Ich mache nicht viel Schaden an denen. Aber ich benutze jetzt auch die Schnellerattacke. Ist mir lieber hier. Ah, weg. Ja. Oh. Komm. Na komm. Sei nicht so eine Pussy. Können wir auch mal feste reinhauen, wahr? Die machen halt ganz gut Schaden, wenn sie mich treffen. Aber... Nein! Ah, das war schlecht. Das war dumm. Ich darf doch nicht vor denen gehen. Bin ich blöd, ey? Jawoll. Puh. Okay. Schön. Blutfiole. Dann kann ich ja direkt meine einsetzen. Und noch eine. Drei gleich. Ach, Jackpot. Gut. Wenn jetzt hier irgendwo noch eine Speicherstelle wäre, das wäre ja ganz hervorragend. Irgendwo so eine Lampe. Da klingelt es wieder. Hier geht es runter. Ach, du Arsch! Wo kommst denn du her? Alter! Kam der hier von der Kutsche runter, oder was? Wo komm ich denn da hin? Das ist... Hier unten war ich vorhin. Ach, die... Dinger, wo man runterhüpfen muss, sind immer scheiße. Zeit für Überfälle. Ich seh' dich doch da hinten, die Pisser. Komm her. Ich dachte gerade, da wäre noch was. Das ist auf jeden Fall ein Gegenstand. So düster hier. Ach, Arsch! Nein, nein! Oh Gott, nein! Nein! So doof. Oh nee, so eine Scheiße. Oh nee. Ach, ist das alles schlimm wieder hier. Mann, oh Mann. Also wenn man dafür nicht frustresistent sein muss, dann weiß ich es auch nicht. Ist das zum Kotzen. Oh Mann. Na schön, nochmal. Ich frag mich auch, wie ich überhaupt leveln kann. Ach so, hier kann ich dann zurückkehren und da kann ich dann bestimmt auch leveln. Na schön. Mann, 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 Mann. Na komm. Oh Mann. So ein Ärger. Wenn ich nur einmal auch erstmal leveln konnte, dann ist das ja auch schon eine andere Geschichte. Dann kann ich mehr austeilen oder halt mehr aus, je nachdem, was ich so level. Und dann ist es auch nicht so schlimm. Also, ich glaub, wenn ich das nächste Mal den ganzen Shit eingesammelt hab und dann laufe ich einfach hier den Weg zurück. Nur um auch mal zu leveln. Penner. Nein. Mann. Ich glaub, erstmal ihn hier, wa? Ach, komm. Das klappt nicht. So, geht doch. Mann, oh. Ich könnte natürlich auch da unten nochmal zu dem Dicken hin, ne? Hier jetzt so hinter mir, also da unten, da war ja auch noch so einer, der da an die Tür geklopft hat. Oh, ich will erstmal auch wieder meine Gesundheit holen. Oh, da hat doch was fallen lassen, hä? Was ist denn? Oh, scheiße. Da hab ich geschlafen. Und eigentlich wissen, was neben dieser Quicksilberkugel das grüne Ding da bedeutet. Na ja. Was soll's. Äh, nee, Blitz. Nee. Bitte nicht. Danke. Ich will das alles selber rausfinden. Danke trotzdem. Ach, und wieder er. Das ist nicht normal, ne? Jedes Mal er hier. Dieser Spacken. Ach, Mann, ey. Wirklich schlimm. Ach, wie dumm, ey. Ach, wie dumm, wie dumm, wie dumm. Ach, nee. Ach. Wie unnötig. So ein Schwachsinn. Wem sterbe ich denn jetzt hier? Ach. Nein. An dieser Kackbratze. Der kann doch gar nichts. Das gibt's nicht. Mann, Mann, Mann. Ach. Ach. Frustrierend. Und die Ladezeiten noch dazu. Na ja. Nochmal, weil's so schön war, wa? Ah. Halt die Schnauze. Die Bestie ist das. Wollen wir mal noch sehen, wie die lachen. Nein. Kann man auf den Angriff nicht abbrechen, ne? So eine Scheiße. Oh. Arsch. Shit. Nein. Ach, komm. Verarsch mich doch nicht hier. Heugabel, Mann. Mann, oh Mann, ey. Hat der was? Ja. Schön. Soll gepatcht werden. Moin, Lenkmichel. Moin, moin. Die Patchzeiten, ja, das ist ja mal zu hoffen, ne? Die sind schon ziemlich übel. Ich könnte ja, wie gesagt, eben auch weniger sterben, aber das sagt sich immer so einfach. Ich lass die erst mal weitergehen, hier. Halt die Klappe. Blöder Spacken. Wobei die Freaksters in einer Woche durch haben wollen. Meinst du das hier oder meinst du Dark Souls 2? Ja, gut, Dark Souls 2 ist ja jetzt, oh, Kacke. Nix wirklich Neues, ne? Das ist ja nur ein Remake. Von daher, ja, wird das auch nicht so viele Leute ansprechen, denke ich mal. Also die ganzen Hardcore-Fans oder die es damals vielleicht nicht gezockt haben. Ach, komm. Aber ansonsten, also ich werde es nicht nochmal spielen. Shit, da ist doch noch einer. Ich habe es doch gesehen, du Arsch. Was ist denn da? Mistvieh. Mistvieh. Was? Kriaste? Was? Wie? Was? Wie meinen? The big... The dick big... Ah. Ha! I get it. Bulla. So, der haut mich jetzt nicht. Kannst vergessen, du Arsch. Nochmal fall ich da drauf nicht rein. Dreimal oder wie oft das war, reicht. So, nochmal. Shit. Das habe ich doch gesehen, ihr Schweine. Könnt ihr vergessen, dass ihr mich nochmal reinlegt hier. Hä? 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 Mist, Schwein. Kommt da noch einer. Arsch. Wollten mich alle veräppeln hier, ich weiß schon. Hättet ihr gerne, ihr Säcke. Kommt die denn jetzt alle her? Ganzes Nest gefunden hier, hä? Sind das nur noch die drei und der Schütze da oben. Ah, und der Hund dann, der runterkommt. Das klingelt. Das klingelt, das heißt, die gehen weg. Nee. Doch jetzt. Na, es sind doch noch mehr. Shit. Wow. Oh, okay. Weg da. Gut. Gut. So. Geh doch. Was ist denn das? Blutecho. Ah. Haha, ja. Ist natürlich ganz sinnvoll, mein Kram hier wieder mitzunehmen, wa? Es war nicht viel, aber immerhin. Blutborn ist bis auf die Pistole, ähm, weiß ich nicht. Ich hätte auch eine Schrotflinte nehmen können. Ich habe eine Pistole genommen, weil ich Pistolen einfach cooler finde. Aber ich kann nicht sagen, ob es da nicht noch mehr gibt später. Oh, ja. Ich bin ja, ich bin wirklich erst am Anfang hier. Also, ich bin echt noch gar nicht weit. Ja, komm. Ist zwar wieder sinnlos. Boah, ach. Das Autolock manchmal ist mein Feind hier. Moin, Antti. Hier, super geht's mir. Bisschen gestresst von dem Spiel. Haha. Aber ansonsten alles gut. Was ist das? Der Hund noch, ne? Ja. Nein. Mistvieh. Dumme Töle. Ich habe nur noch eine Heilung, verdammte Axt. Muss besser spielen. Muss mehr ballern. Ich baller zu wenig. Hier hinten ist noch einer lang gelaufen. Habe ich da vorhin gesehen, den Affe. Hier. Das macht dem natürlich auch nicht so viel aus jetzt hier, ne? Nein. Shit. Keine Heilung mehr. Das ist doch hervorragend. Was ist das hier? Nichts. Naja. Hier war ich ja jetzt auch schon. Drei, vier, fünf, zehn, zwanzig Mal. Viel zu oft im Grunde genommen. Viel zu oft. Ach, kacke. Und jetzt treffen die mich auch noch hier. Ich bin noch blöd. Mano, wie unnötig. Die Dinger können ja nur echt gar nichts. Hinweis, Vogel. Ich weiß. So, hinten ist der Dicke. Das wird relativ doof. Ich habe nämlich auch keinen Molotow. Guck, Tim, mehr. Wurf das Ziel mit Öl bedeckt. Ach, guckt mal hier. Ich habe eine neue Waffe. Angriff Feuer. Naja, so eine richtige Waffe ist das. Aber ich habe eine andere Pistole, oder? Achso, nee. Da konnte ich eine Fackel oder die Pistole nehmen. Alles klar. Ja, das macht ihm ja gar nichts. Nein! Pisser. Pisser. Ach, geht doch, du. Glänzende Münzen. Na, das ist mal wenigstens was Neues. Ausgewählte Münzen, die den Weg weisen können. Aha. Na schön. Ich hätte jetzt lieber Heilung. Ich weiß, ich gehe jetzt gleich drauf hier irgendwie. Irgendwas geht gleich schief. Ja, komm, wisst ihr was? Ich habe nicht so wirklich viel Erfahrung. 2000. Kein Plan, ob ich damit irgendwas leveln kann. Aber ich habe noch so ein paar Blutsteine, die kann ich einsetzen. Und bevor ich jetzt wieder verreck hier und den Shit nochmal machen kann, laufe ich lieber jetzt die drei Meter zurück. Oh, scheiße. Ja, den lasse ich jetzt auch mal in Ruhe. Ich miskiere jetzt nichts weiter. Ich laufe lieber hier weiter zurück. Speicher, beziehungsweise reise mal in die Zwischenwelt. Und gucke, ob ich vielleicht nicht leveln kann. So. In den Traum des Jägers zurückkehren. Ähm, ja bitte. Ha, ha, ha. Jetzt haben wir wieder lange Ladezeit. Können wir noch ein bisschen die umfangreiche Anleitung studieren. Nach wie vor erstaunlich, dass die Kreis und Viereck vertauschen hier. Also, Mann, oh Mann. Mann, oh Mann. So. Gegenstände erlangen. Ah, hier kann ich Blutfiolen kaufen. Okay. Ist das besser? Als meins? Status. Moment mal. Wie kann ich denn meine... Kann ich denn meine Skills aufleveln? Also hier mit dem... Kann ich Gegenstände kaufen bei dem Ding. Das habe ich ja schon rausgekriegt. Aber wie und wo kann ich denn meine Sachen leveln? provisorischer Cash-Diskurs in Ritualwurzel. Ja, hier kann ich wieder zurückreisen. Ach, jetzt ist hier offen. Ah. Hallo. Du musst noch eine Woche warten. Wieso das denn? Das ist doch echt kacke. Willkommen im Traum des Jägers. Rät doch mal ein bisschen schneller, Obi. Mit Einsicht, das Bad scheint mit dem Marktraum verbunden zu sein, aber es gibt keinen Boten. Hier ist was. Hinweis. Hinweis. Um diesen schrecklichen Traum des Jägers zu entkommen, halte die Quelle der sich ausbreitenden Lage der Bestien auf, damit die Nacht nicht ewig währt. Aha. Leveln kann ich trotzdem hier nicht. Letzter Ritual, Alter. Weil du erst in der Woche Geld bekommst. Ach so. Scheiße. In Erinnerung. Werkstatt, Werkzeug für die Aufgabe nicht vorhanden. Kann ich vielleicht noch gar nicht leveln? Lager. Lager. Gegenstände Lager beziehen. Ah. Oh je. Okay. Ist ja aber mal interessant zu wissen, ne? Hm. 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 Mit dem Opa vielleicht, dass ich zweimal mit dem reden muss? Sogar die Puppe, wenn ihr wollt. Alter perversling. Ja, ne deutsche Synchro. Die ist sogar eigentlich ganz okay. So Standard halt, ne? Deutscher Synchro Standard. Nichts Besonderes. Ist aber auch nicht so schlecht. Hier komme ich nicht hin. Tja. Hat schon einer von euch gespielt und kann mir sagen, wo ich leveln kann hier? Wahrscheinlich nicht, ne? Naja, dann kaufe ich wohl bei ihm mal ein bisschen Heilung. Ja komm, dann mach ich volle Kanne. Was soll's. Muss eh wieder neu kämpfen da. Nützt ja nichts. Zentrum. Hm. Bisschen strange, aber na gut. Was soll's. Vielleicht bin ich echt noch nicht weit genug gekommen. Keine Ahnung. Na schön, aber ein bisschen mit ein wenig Konzentration sollte das doch machbar sein. Kann doch nicht sein, dass ich hier so rumfeile. Ja, okay. Ja, hier komme ich auch noch nicht weiter. Tja. Mir jetzt also nichts gebracht, nur dass ich mehr Heilung hab. Naja. Auch nicht so schlecht, ne? Ja. Heilung ist nie verkehrt im Grunde. Ja, das klappt doch schon ganz gut. Na komm. Ach. Shit. Ah ne, das ging doch. Alles gut. Ist schwein Einer noch da mit dem Schild Affe Da oben war nichts Oh, der hat was gehabt Ja damit, danke Ist weg So, von dem lasse ich mich jetzt hier auch nicht überraschen Mist, zack Aber ich nehme es mir auch gleich vor Komm Mist Mist Das wird doof Naja gut Äh, Leiche durchsuchen Naja, 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 naja Ich schätze mal, du musst den ersten Boss besiegen Ja, das könnte echt gut sein Ich weiß nun überhaupt nicht, wo der sein soll Ach, Scheiße Du Arsch Jetzt mein Hirn zermalmen Du spinnst wohl So, ist der tot hier? Ja Alles gut Läuft Läuft, 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 läuft So langsam komme ich rein Hier Bisschen Heilung Noch mehr Heilung Noch mehr Heilung Ah, komm her Sehr gut Noch mehr Heilung Ach Ich bin ja bald Überladen mit Heilung hier Ich muss mich ja schon die Gegner reinstürzen Weil ich nicht mehr genug mitschleppen kann So, den geplättet Die nächsten gelockt Ah Nee, das war nix Beide tot Jawohl Sehr schön So Da drüben ein bisschen was Hier steht noch einer mit Schild Gut Wow, hat die Pistole so eine kurze Reichweite Oder was ist da los? Strange Das war ja seltsam Moin Kane Ja, nach dem komischen Hack gestern Ich hoffe, ihr habt alle eure Passwörter geändert Ähm Da kann es gut sein, dass das mit den Mails Noch nicht so richtig wieder klappt Das kann ich mir gut vorstellen Scheiße Das war so doof Oh Warum? 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 Das ist meine einzige Frage an mich selbst Warum komme ich auf die Idee Das wäre jetzt hier eine gute Idee Da unten reinzuspringen Wenn ich doch weiß, dass dort der Hund auftaucht Wenn ich doch sehe, dass da einer ist Und dass da noch ein zweiter auch kommen wird Warum hüpfe ich dann da runter? Warum? Okay Kurze Pause Bis gleich Bis gleich